Hallo zusammen, ich heisse Mohamed, ich mache drei Wegelehrer als Abdichter. Kommt mal, ich zeige euch, wie es geht. Als Abdichter gibt es verschiedene Schichten. Die Dampfbremse ist betonhaft, damit es besser klappt und keine Feuchtigkeit ergibt. Dann kommt normalerweise die Wärmendämmung, das Formglas. Damit es besser klebt, geht man das Formglas. Dann kommt die erste und zweite Lage. Besonders an diesem Beruf ist, dass man draussen arbeitet und mit verschiedenen Leuten zu tun hat. Ein Bewerber muss mitbringen, handwerklich, geschick, schwindelfrei, Sorgfalt, Teamfähigkeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich auf deine Bewerbung. Hallo zusammen, ich bin Lukas. Ich durfte letzten Sommer den Abdichter bei Benaruf abschliessen. Jetzt bin ich im Büro tätig und als Projektleiter darf ich meine Objekte selber führen. Was mir sehr gefällt an meinem Job ist die Personalführung und die Menschenkenntnisse, die ich Tag für Tag immer viel mehr dazu lerne. Mein Name ist Michael Frey, ich bin Geschäftsführer und Bereichsleiter Flachtacher Firma Benaruf. Und in dieser Funktion ist es mir natürlich wichtig, mit gut ausgebildetem Fachpersonal zusammenzuarbeiten. Wir brauchen Abdichter, Dachdecker und Spengler. Das modulare Weiterbildungssystem ist einzigartig in der Schweiz und kann nach deinen Bedürfnissen angepasst werden. Du bestimmst, welche Kompetenzen du aneignen willst und in welchem Tempo das vorgehen willst. Und somit kannst du deine Karriere in der Gebäudehüllebranche starten. Apa思います? Das neue Zusammen im Büro Das Gud Programs ab cores einace, mit meiner Hilfe und W Terra lou etwas zu lassen. Wie sieht aus ihr? Ansp FBI